Was ihn so gut macht, ist natürlich, dass er das geübt, geübt hat und einfach ein perfektes Timing hat und genau sieht, wann es ihm reicht, wann geht es ihm wieder. Probieren wir. Bereit? Los! Sehr schön. Es ist ganz wichtig, dass am Anfang natürlich die Erfolgspunkte oben ist. Auf geht's! Nicht durchfassen, durchlaufen. Und nicht abbremsen, mutig sein. Hopp! Konda, Konda! Jawohl! Hopp! Tempo. Nicht langsamer werden. Jawohl, durch! Durch. Hopp! Ja, super! Ja, aber jetzt musst du es durchmachen! Ich nehm' mir super zurück. Hopp! Ja, lass mal gehen. Hopp! Jawohl, gut. Hopp! Du musst dir mal reinglaufen! Sehr schön, klasse! Hopp! Hopp! Und da musst du mal reinglaufen! Warte, zwar erfolgreich. Aber du bist grad heringlaufen. Bitte! Schauen, dass ich die Linie entlangkomme, okay? Hup! Nicht langsamer werden! Runter, runter! Hup! Runter! Hup! Was war der Haken? Warum hast du jetzt keinen Erfolg gehabt? Anstatt zur Seite hast du ihn nach vorne gekriegt, sonst wär's durch gewesen. Hup! Die letzten drei da noch. Hup! 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 Hup!